Jugendarbeit ist sehr, sehr wichtig. Ich bin selbst Familienvater, mittlerweile Opa, habe einen 32 bzw. 33-jährigen Sohn, der ist mittlerweile auch Stukadiermeister. Ich bin ehrenamtlich in der Jugendarbeit im Bildungsausschuss, in der Kammer und im Verband dabei. Ich sehe dort, dass dort Nachholbedarf ist in der Jugendarbeit. Grundsätzlich Ursache, kaputte Elternhäuser und so weiter und so fort. Also durch das müssen wir sich in der Jugendarbeit massiv marschieren. Ich bin so viel Start wie nötig, aber auch so wenig Start wie möglich. Das ist meine Aussage zu der Jugendarbeit.